Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon GO Info-Video. Und zwar das Update, was ich gestern schon angekündigt hatte. Leider hat die Zeit nicht gereicht, aber dann wollen wir doch mal hier gleich mal loslegen. Was ist in der App drin, in der 071-0? Superigen, Inkubator und Fehlerbehebung. So, es ist eine deutsche Webseite und ihr könnt nicht Brutmaschine schreiben. Okay. Das neue Pokémon GO Update 071 für Android bringt einige Neuerungen ins Spiel. Offiziell gibt es Fehlermeldungen, aber im Code gibt es interessante Entdeckungen. Offiziell gibt es Fehlermeldungen. Im Sinne von, das neue Update hat auch gerne ein paar Macken und das nicht gerade wenig anscheinend, aber naja. Das kann sich noch ändern. Mit einem neuen Update 071-0 für Android, eine iOS-Bezeichnung steht noch aus, wollen die Pokémon GO-Entwickler bei Niantic einige Fehler des Spiels beheben. Das Update befindet sich derzeit in Rollout und ist langsam aber sicher auf dem Weg zu euch. Ja, bei mir immer leider noch nicht. Wann genau das Update in Deutschland für iOS und Android verfügbar ist, ist noch nicht klar. Es ist, soweit ich weiß, aber schon unterwegs. Einige haben es schon, aber gut, vielleicht haben sie auch die APK runtergeladen. Wir rechnen allerdings in den nächsten Tagen damit. Ja, eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Update bis Freitag bei allen installiert sein sollte, wenn es dann Samstag auf die Jagd nach Newtou gehen sollte. Davon gehe ich eigentlich ganz schwer aus, weil dann sind die legendären Vögel weg und dann gehe ich eigentlich davon aus, dass direkt im Anschluss Newtou kommt. Durch die Aktualisierung gibt es nicht nur Fehlerbehebung. Dataminder haben noch mehr Änderungen entdeckt. Und zwar, die Suche in der Pokémon-Sammlung wurde verbessert und erlaubt Trainern nach Attacken in ihren Pokémon mit dem Add-Zeichen zu suchen. Das ist der Hammer. Also, cool, dass sie das jetzt eingebaut haben. Ist zwar, könnte eine komplizierte Suche werden, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Feuer-Pokémon mit Hitzekoller sucht und vielleicht nicht ein Nicht-Feuer-Pokémon mit Hitzekoller finden möchte. Aber ich sage mal so, ja gut, wenn ich jetzt nach Hitzekoller suche und ich suche ein Feuer-Pokémon, gut, ich denke mal, aus der kleinen Liste kann ich ja eigentlich noch sehr leicht erkennen, das ist ein Feuer-Pokémon, das ist ein Feuer-Pokémon, das nicht. Also von daher denke ich mal, das sollte das okay sein. Müsste man schauen, ob auch die ersten Zeichen genommen werden und man nicht den kompletten Namen tippen muss, dann ist es in Ordnung, ansonsten wäre es nicht so schön. Ja, man konnte nicht sehen, dass man doppelte Erfahrungspunkte für einen Raid-Kampf bei einem Glückseil bekommt. Das haben sie behoben. Und wir hatten gedacht, das zählt einfach nicht. Naja, gut. Verschiedene Bugs wurden behoben. Dass legendäre Raids zu den normalen Raid-Medaillen nicht zählen, scheint ja ein Bug zu sein. Hat zumindest Niantic so verkündet. Naja, gute Nachrichten für Trainer, die in letzter Zeit mit vielen Fehlern im Spiel kämpfen mussten. Aber das sind noch nicht alle Änderungen. Data-Minder haben sich das Update ganz genau angesehen und Veränderungen bei Shinies am Super-Brut-Maschine und mehr gefunden. Ach, guck an, hier kann man doch echt tatsächlich mal Super-Brut-Maschine schreiben. Die Leaks um den besonderen Inkubator gehen weiter. Im englischen Code heißt die Brut-Maschine Super-Inkubator. Aktuell geht man davon aus, dass diese Super-Brut-Maschine Pokémon-Eier schneller ausbrütet, kann als reguläre Brut-Maschinen, genau, schneller als normale Brut-Maschinen. Außerdem eine optische Aktualisierung der Brut-Maschinen. Die einen ist lila und die anderen haben kleine Details dazu bekommen. Und leider ist aber noch unklar, ob man diese Brut-Maschine als Belohnung oder im Shop oder wie auch immer bekommen kann. Fehlerbehebungen. Wie viele der aktuellen Fehler behoben wurden, wird sich in den nächsten Tagen nach ausgiebigen Testen herausstellen. Ah, okay. Das hört sich an, als müsste man diese Webseite mal öfters besuchen. Also, bisher fiel auf. Das Fehlersystem wurde überarbeitet. Was auch immer das genau bedeutet. Da wäre vielleicht noch so ein, zwei Wörter als Kontext nicht schlecht gewesen, aber okay. Es gibt jetzt eine Abklingzeit für Raid-Benachrichtigungen. Damit wird der Spam von zu vielen Nachrichten eingedämmt. Das ist natürlich gut. Auch wenn ich jetzt gar nicht weiß, ob das aktuell überhaupt noch so verfügbar war. Wenn ich das Handy einschalte, kriege ich gar keine Benachrichtigungen, dass ein Raid in meiner Nähe ist. Warum auch immer. Aber okay. Änderungen gibt es auch in der Arbeitsspeicherauslastung. Oh, das hört sich interessant an. Aber ich denke mal, die wird minimal sein, sodass ich auch meinem Gerät davon nichts spüre. Änderungen an Shinies. Wie The Sith World berichtet, gibt es eine Veränderung beim Funkeln der Shiny-Pokémon. Es ist bisher unklar, was mit der Code-Veränderung bewirkt wird. Diejenigen von euch, die Shinies in ihrer Sammlung haben, sehen nun vielleicht einen Unterschied. Möglicherweise hat das Funkeln auch mit der Anzeige auf der Karte vom Pokémon GO zu tun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich im Tracker ein gelbes Kabador sehen werde. Nee, kann ich mir echt nicht vorstellen. Zumal das ja individuell ist und ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist einfach so. Hier gibt es bisher leider keine genauen Erkenntnisse. Exklusive Waits. Bin ich mal gespannt, was hier über exklusive Waits steht. Anzahl der Nutzer in einer Lobby. Vielleicht dürfen mehr als 20 Leute gegen Mewtwo antreten. Wait-Timer und Spawn-Timer. Das klingt nach die Eier kommen zurück. Default Wait-Item Rewards ist vermutlich ein Platzhalter für die Belohnung der Waits. Okay. Und Default bedeutet dann wahrscheinlich das, was man sowieso immer bekommt. Und die angezeigten Aktualisierungen wirken sich nicht zwingend auf die normale Wait-Mechanik aus. Vermutlich werden die Waits nur auf die neuen exklusiven Waits vorbereitet. Wenn euch bei den Waits trotzdem etwas Neues auffällt, lasst es uns wissen. Okay. Ditto verändert. Ja, davon habe ich auch schon gehört. Im Code befindet sich eine neue Bezeichnung. Metamon-ID. Metamon ist der original japanische Name von Ditto. Und die Dataminder sind verwundert darüber, eine Änderung für das Monster in der APK zu finden. Möglicherweise wird das Pokémon auf die dritte Generation vorbereitet. Interessant, dass man das Pokémon darauf nochmal vorbereiten muss, wenn man doch weiß, dass Ditto sich immer in irgendein anderes Pokémon verwandeln muss. Aber okay. Kleine Änderungen. Und dann, in der Pokémon-Übersicht könnt ihr nun auch nach bestimmten Move-Sets suchen. Das hatten wir doch gerade erst. Neue AR-Erlaubnis für Android im Code bezieht man sich auf Berechtigungen bei Android-Geräten in Verbindung mit der Kamera-AR-Funktion und aufgenommene Fotos. Die Auswirkung dieser Änderung ist bisher unklar. Es hört sich interessant an, aber ich denke, das wird vielleicht einfach nur je nach Android-Version variieren, ob eine Erlaubnis der Kamera bei einer Neuinstallation irgendwie dann erst aufpoppt, wenn man dann die Kamera benutzt. So kenne ich das zumindest. Und bei anderen Android-Versionen ist das halt nicht so. Das sind halt immer so diese blöden Berechtigungen auf den Geräten, die immer erst gefragt werden müssen und die kommen halt jetzt nicht mehr immer im Shop, dann, wenn man die App installiert. Aber das ist jetzt mal nebensächlich, hat mit Pokémon wenig zu tun. Das Beste zum Schluss. 135 neue Pokémon. Die dritte Generation ist auf dem Weg. Ihr habt richtig gelesen, im Code wurden nun 135 neue Pokémon-Spezies gefunden. Der Hype-Train für die dritte Generation ist gestartet. Naja, übertreibt jetzt nicht. Alle Neuigkeiten dazu findet ihr im Link am Ende dieses Artikels. Beim Datamining haben die Experten von TheSythVode wieder achtliche Arbeit geleistet. Wir freuen uns über die Neuerungen und hoffen, dass der Patch 71 bald offiziell bei uns verfügbar wird. So, ja, das ist Gekabor, der Erste. Die Starter. Ich weiß nicht, wie viele von euch die dritte Generation kennen. Die Vorentwicklung von Merrill würde dann kommen. Die Vorentwicklung von... Wo ihn genau? Es ist so. Viele, viele neue Pokémon, ohne dass sie eine Verbindung zur zweiten oder ersten Generation haben. Die dritte Generation ist im Code, aber das heißt noch lange nicht, dass wir wirklich ganz, ganz schnell jetzt die dritte Generation bekommen. Etwas Geduld sollte man schon noch mitbringen. Das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Jetzt fangen wir erst mal mit Mewtwo. Und bis zum nächsten Mal.